Ja, moin moin, genau, also Studio Link, Audio over IP-Lösung, Ralf hat es ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, aber ich gehe es auch nochmal durch, also die Projektziele sind wirklich im Kern, eine hohe Audioqualität zu liefern, das wird über den Opus-Codec realisiert und auch eine niedrige Latenz zu haben mit den Auswirkungen und auch wirklich diese einfache Handhabung für jedermann. Ja, das Ganze soll auch Plattformunabhängigkeit gewährleisten, das heißt, ob das jetzt Windows, OSX, Linux oder halt wirklich eine dedizierte Hardwarebox dann auch sein soll, ist prinzipiell alles unterstützt und es ist auch Open Source. Das heißt, damit ist also selbst, wenn dieses Projekt irgendwie mal ins Stockengerät gewährleistet, dass es dort auch jemand übernehmen könnte oder weiterentwickeln könnte oder auch jeder, der sich in der Entwicklung mitzuhelfen, gerne bereit, da mit einzusteigen, freue ich mich drüber. Gehen wir uns mal vom Prinzip nochmal durch, also ich hatte jetzt in den letzten Wochen sehr viel Feedback, wo es auch so ein paar Verwirrungen gab, wie kann man das Ganze kombinieren, es ist alles kombinierbar. Das heißt also, das Plugin sowohl als auch die Standalone-Variante, wobei, da sage ich gleich nochmal was zu, und auch die Box sind wild miteinander kombinierbar, da gibt es also keine Einschränkungen. Und auch ein Missverständnis, was auch aufgekommen ist, dass die Standalone-Version eventuell Voraussetzung für das Plugin ist, das ist auch nicht der Fall. Genau, das Plugin hat Ralf ja eben in Aktion gezeigt, es ist ein VST, LV2 und Audio-Unit-Plugin für alle Plattformen, sollte mit jeder professionellen DAW funktionieren, das heißt also außerhalb von Reaper, habe ich es allerdings bisher nur mit A-Dur getestet. Es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, die nicht funktionieren, ich werde da in den nächsten Monaten auch nochmal ein bisschen Zeit investieren, das vielleicht für die andere oder ein oder andere DAW auch noch zu verbessern. Der große Vorteil, Ralf hat es gezeigt, es liegt halt direkt auf der DAW auf und macht nicht so viele Schmerzen, mehr Spurfähigkeit und aktuell ist wirklich die beste Integration wirklich mit Ultraschall und Reaper gewährleistet. Auch hier nochmal, man sieht es hier auch nochmal ganz deutlich, das hat Ralf auch schon gezeigt, dass die virtuellen Audio-Interfaces komplett entfallen. Und genau. Zum Preismodell. Es ist so, ich habe das jetzt nochmal ein Stück vereinfacht, das wird in den nächsten Wochen dann auch, also bisher in der Beta-Phase war alles kostenlos, daran wird sich jetzt auch nicht so extrem viel ändern, denn das Preismodell für die Software-Variante ist eigentlich, entscheide selbst, ab einem Euro geht es los, pro Jahr. Das wird dann über einen Account verwaltbar sein, das heißt also nicht jeder muss dann also einen Account machen und bezahlen, sondern einer kann halt mehrere Software-Versionen verwalten. Des Weiteren wird es immer eine Testversion geben, das heißt also für spontane Gesprächspartner, die wirklich nur die Standalone-Version oder Ähnliches benutzen wollen, ist das dann 30 Tage nutzbar zum Beispiel und das heißt, da muss man dann auch keine großen Geldbeträge in die Hand nehmen. Also mir ist eigentlich prinzipiell mit dem Projekt wichtig, dass auch niemand jetzt vom Preis abgeschreckt wird und vielleicht setzt sich das ja wirklich durch, dass viele andere, die sich nicht vielleicht viel Geld in die Hand nehmen können, halt mit durchfüttern. Ja, die Box selber hat einen Festpreis, das sind 149 Euro aktuell. Die ist jetzt so ein bisschen durch die Software-Variante ein bisschen untergekommen. Allerdings alles, was ich quasi jetzt entwickle, davon profitiert auch die Box hinterher. Ich bin leider in den letzten Monaten nicht dazu gekommen, das wirklich komplett einmal durchzutesten. Denn bei einer Software ist es halt sehr einfach oder bei der aktuellen Software ist es sehr einfach, da muss man nur eine Datei austauschen. Also wenn da irgendwas mal schiefläuft bei einer Box, im Zweifel startet sie halt nicht mehr und dann muss sie zurückgeschickt werden. Also da ist man natürlich immer ein bisschen vorsichtiger, dass das mit dem Update-Verhalten auch immer sauber funktioniert. Ja, am 01.01.2016 habe ich es rausgehauen. Die Grafik fängt jetzt leider erst ein bisschen später an, weil ich mit den Statistiken am Anfang so ein kleines Problem hatte. Das heißt, man kann ungefähr nochmal 500 Downloads, glaube ich, draufrechnen. Aber man sieht schon gerade am Anfang, wenn ich da eine Version neu rausgegeben habe, da ist schon sehr viel Dynamik drin. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt bei knapp über 1400 Downloads. Den größten Anteil hat OSX, vor allem am Plugin. Und vor allem unter Windows ist es eher die Standalone-Variante. Das habe ich jetzt nicht nochmal aufgesplittet, aber so ungefähr verteilt sich das. Und in Summe ist es fast von den Anteilen 50-50. Und Linux hat auch einen hohen Anteil. Das liegt jetzt natürlich daran, dass die Gruppe natürlich noch sehr klein ist. Das wird wahrscheinlich dann über die Zeiten vielleicht eher sogar ein bisschen weniger, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist die Podcast-Szene auch sehr Linux-affin. Ich meine, wenn man das prozentual sieht, glaube ich, sind wir Linuxer hier doch ganz gut vertreten. Genau, noch ein paar weitere Details. Das heißt also, insgesamt gibt es jetzt 700 Zip-Accounts. Was sind Zip-Accounts? Jeder Client, also ob das jetzt das Plugin ist, die Standalone-Version, registriert sich ja bei mir automatisch mit dieser ID. Und genau jeweils eine ID, das ist ein Account bei mir. Davon gibt es jetzt ungefähr 700 Stück, was schon erstaunlich viel ist, wie ich finde. Also das hat mich sehr gefreut, dass das doch so gut ankommt. Natürlich haben das viele nur zum Testen erst mal installiert, aber wir haben mittlerweile auch so 25 Calls wirklich am Tag, die durchgeführt werden. Also der, ich kann schon mal sagen, also der Donnerstagabend ist sehr beliebt anscheinend bei Podcastern. Warum auch immer, aber scheint wohl so zu sein. Und wichtig ist auch zu diesen IDs, da gibt es auch immer so ein paar Schwierigkeiten, die bleibt immer gleich pro Rechner. Das heißt, wenn so eine ID erzeugt wird, dann ist die also wirklich diesem Gerät eigentlich zugeordnet und damit immer eindeutig. Ja, dann habe ich jetzt diese Woche noch eine Statusseite mal rausgehauen. Das heißt, da sich jetzt wirklich doch, obwohl es Beta ist, einige schon wirklich damit produktiv aufnehmen und darauf verlassen, auch nochmal, wo ihr dann nachschlagen könnt, wenn ich Wartungsfenster ankündige. Das werde ich zwar auch immer über Twitter nochmal ein bisschen kommunizieren oder wenn ein Ausfall ist, aber so eine dedizierte Wartungsseite ist ja auch ganz schön. Ja, dann kommen wir nochmal zur Box. Ich finde das immer auch noch ein valides Setup für ein Gerät, eine Aufgabe. Das Ganze ist lüfterlos. Das heißt, man hat jetzt nicht unbedingt diese Probleme, die man sonst immer hat, wenn man einen Rechner hat, der nicht unbedingt leise ist oder eine Situation, die nicht unbedingt leise ist. Es soll sofort einsatzfähig sein. Das heißt, also wirklich Kabel raus, Netzwerkkabel ran. Denn aktuell ist es noch so, dass man halt ein USB-Audio-Interface noch anschließen muss und dann kann es auch schon losgehen. Der Vorteil bei so einer Box ist natürlich, die macht nichts anderes, die macht nur Audio. Das heißt, ich kann alles, was quasi in dieser Box oder was bei so einem Betriebssystem normalerweise mit daherkommt, was vielleicht für Audio tödlich sein kann, das kann ich rauslassen bzw. einschränken. und das macht es eigentlich dann noch mal möglich, auch mehr Optimierung durchzuführen. Ja, machen wir mal einen kleinen Ausblick. Wer kann denn sagen, was das ist? Oh, okay, sehr schön. Wer weiß denn, was Sputnik auf Deutsch heißt? Begleiter, okay, genau. Weggefährte oder Begleiter. Das ist eigentlich so das neueste Kind jetzt, was auch in Kooperation mit dem Ultraschall-Team entstehen wird. Also bisher gibt es ja die Standalone-Variante, die hier noch in einem Webinterface läuft und wir werden uns halt darauf konzentrieren, auch noch mal eine native Oberfläche zu bauen, die noch mal minimierter ist und noch komfortabler wirklich für diejenigen, also für die Gäste vor allem ist. Das heißt, eure Begleiter sind ja eure Gäste und Weggefährten. Und dadurch erschließt sich der Kreis dann. Genau, native Applikation. Und so schaut sie dann zumindest unter OSX schon mal als Screenshot aus. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ja. Also wirklich reduziert auf die wichtigsten Punkte, das heißt also Mute-Button, Rekord-Button, Auflegen, Annehmen von Gesprächen, natürlich noch die Levels und das Audio-Interface zum Ausfüllen. Und das war es dann im Endeffekt auch schon. Damit sollte, denke ich, niemand überfordert sein. Vor allem ist es doch sehr stark jetzt auch so an die Skype-Logik angepasst, die ja auch viele schon kennen. Und das nimmt, glaube ich, sehr viel Komplexität auch noch mal wieder raus. Ja, hier in Persona ist da vor allem Heiko und Andreas zu danken vom Ultraschall-Team. Heiko kümmert sich um die Windows-Version und Andreas um die OSX-Variante. Da muss ich wirklich herzlich Danke sagen, dass dieser Support und auch gerade in den letzten Monaten stehe ich sehr stark in Kontakt mit dem Ultraschall-Team und möchte mich ja auch für diese Zusammenarbeit auch mit Ralf und allen anderen noch mal bedanken. Ja, dann habe ich jetzt letztens auf der Republika mit dem Sendezentrum die ersten Tests mit der neuen Streaming-Plattform gemacht. Das heißt, also Studio Link wird nicht nur dazu sein, um Voice-Over-IP-Gespräche zu führen, sondern man kann dann auch wirklich direkt raus streamen. Das ist nämlich so das nächste Problem. Wenn man irgendwie streamen möchte, dann muss man auch wieder über ein Aggregated-Device gehen. Und da das ist auch immer wirklich immer schwierig und dann ist die Qualität auch nicht immer so toll und die Programme, die es da so gibt, die sind auch immer nicht ja so komfortabel und das wird dann ganz simpel gelöst, indem man einfach einen Streaming-Kontakt anruft. Das heißt also, ihr müsst nichts weiter einrichten, außer halt die Metadaten auf der Streaming-Seite. Dafür gibt es dann auch den Login und ansonsten ruft ihr einfach während der Sendung Kontakt an und seid online. Und wenn ihr aufliegt, seid ihr wieder offline. Also einfacher geht es, glaube ich, an der Stelle gar nicht mehr. Ja, dabei bei den Tests ist nochmal wichtig für mich eigentlich auch, dass die Latenz optimiert werden kann. Also das liegt vor allem an den vorhandenen Streaming-Infrastrukturen. Da ist die Software meistens mit sehr, sehr großen Buffern ausgestattet. Da das Ganze aber wirklich auch über die Studiolink-Infrastruktur läuft und die eh schon sehr latenzarm ist, kann man an der Stelle nach hinten nochmal einiges wieder rausholen. Das ist also in den nächsten Wochen nochmal so ein Punkt, wo ich mich drum kümmern werde, bevor das Ganze online geht. Ja, es geht weiter. Und dann gibt es noch eventuell die Möglichkeit, das Ganze auch als mobile App. Das heißt also für die Sputnik-Variante muss ich sowieso eine sehr... Danke. Muss ich sowieso eine eine Grundlage schaffen, damit Heiko und Andreas arbeiten können. Und die gleiche Grundlage würde auch auf mobilen Endgeräten funktionieren. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da müssen wir auch nochmal so ein bisschen testen. Wie ist das mit Mikrofonierung? Wie funktioniert das mit dem vorhandenen Audio-Interface? Aber wenn das einmal überwunden ist, spricht nichts dagegen, diese Geräte auch einzubinden. Wobei ein zentraler Punkt aktuell ist auch noch WLAN. Das ist immer so die... Also wenn es... Wenn jemand irgendwie Probleme hat, dann ist es entweder wirklich eine sehr schlechte Internetanbindung oder wirklich schlechtes WLAN. Das ist auch nicht immer schön. Also zum Beispiel unter OSX hatte ich jetzt auch den Fall, dass es immer geknackst hat, wenn ich die Spotlight-Suche aufgemacht habe. Mit dem LAN-Kabel ist das nicht passiert. Da ist also irgendwas braun im Kernel-Treiber vom WLAN und was sehr empfindlich reagiert. Und da muss man wirklich mal schauen. Ich werde versuchen, meinerseits den ganzen Algorithmus, den ich jetzt habe, deswegen ist Studio Link auch noch eine Beta-Phase, wirklich nochmal zu optimieren, auch für schlechte Verbindungen zu verbessern. Das Problem ist aber, im Endeffekt wird man dadurch allerdings auch wieder eine schlechtere Audioqualität in Kauf nehmen müssen zum Teil. Das heißt, entweder es gibt mehr Latenz oder man hat halt wirklich Kompression wieder ein bisschen drauf. Und da muss man quasi so zweimal messen, einmal schneiden vorgehen, indem man wirklich die Situation für gute Gespräche nicht wieder verschlechtert. Also Skype macht ja einfach so hier Faust drauf und für alle gleich schlecht, damit es überall gut ist. Aber Studio Link versucht da wirklich diese Gratwanderung dann oder ich versuche da die Gratwanderung mit Studio Link hinzubekommen, dass es natürlich auch für diejenigen, die eine gute Anbindung haben, weiterhin gut klingt und nicht schlechter wird. Ja, kurz und knapp. Vielen Dank. Vielen Dank.